Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 3. So, wir gucken jetzt, was wir hier in dem nächsten Raum vorfinden werden. Laden wir einmal nach. Das ist nicht gut. Oh oh. Wir müssen hier hoch. Okay. Ihr blöden Penhose. Da mal durch den Schacht. Oh Backe. Und ich glaube, wir kriegen noch richtig viel Feindkontakt. Boah, ist ja ekelhaft. Feuer sofort einstellen. Ist der tot? Ist der tot? Weiß nicht. Was ist das? Tschüssi. Romeo 1, der Fulten-Damm läuft vollautomatisch. Aber die Generatoren haben Ausfallsicherungen. Wenn sie die auslösen, fällt der Strom aus. Okay. Also Primärziel ist nördlichen hydroelektrischen Generator abschalten. Na dann mal los. Hier müssen wir was hacken. Okay. So, wir machen uns mal hier wieder einen kleinen Überblick. Oh Backe. Ist ja ja richtig viel Feindkontakt hier. Das Geile an Crisis ist, man kann ja wirklich machen, was man will. Da können wir wieder was hacken. Also, wir können uns hier entweder durchschleichen oder durch. Ja, ich glaube, ich bin auch noch ein bisschen früher da, mein Freund. Ne, was ich sagen wollte. Man kann denn entscheiden, schleiche ich mich jetzt hier durch oder mache ich Action. Und, hmmm, ich entscheide mich für Action. So, dämmlicher Idiot. So. Warte mal, da oben haben wir doch noch einen, oder? Hehehehe. So, die Pfeile will ich auf jeden Fall wiederhaben. Die sind kostbar. Ja, hätten wir noch eine Waffe, die wir uns nehmen können, aber nö. Wir schleichen uns jetzt hier erstmal durch. Oh, dann hier. Achso, eine MG. Okay, nochmal Energie nachfüllen lassen. Da kommt nämlich wieder einer angerannt. Ähm, da kam einer angerannt. Pfeile wieder mitnehmen. Vielleicht konnten wir doch noch irgendwas hätten, oder? Okay. Egal, erstmal hier hin. Guckt euch das bitte mal an. Hammer. Oh, der ging daneben. Aber der nicht mehr. Verdammt, das war es jetzt mit der Munition. Das heißt, wir nehmen erstmal explodieren, ne? Oh, oh. Was war das? Oh, oh. Ja, das lief ja wunderbar. Oh, warte mal. Das ist ja... ...schlecht hoch 10. Das ist nicht mehr. Puh! Oh, Granate. Hau mal ab, da. Oh, shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wollen wir erstmal das Ding da hinten ecken. Falls wir jetzt hier gleich noch richtig Besuch kriegen. So, das gehört jetzt erstmal uns. So, und jetzt sammeln wir hier auf jeden Fall den Pfeil wieder ein. Okay. Da vorne müssen wir hin. So wie das ausschaut. Oh, wir laufen hier komplett sichtbar rum. Jetzt Deckung suchen und wieder unsere Fahrer machen. Hier können wir noch irgendwie was in die Luft sprengen. Hier müssen wir hacken, um reinzukommen. Dann mal los. Okay. Das haben wir geschafft. Hier können wir auch wieder raus, aber ich denke mal, wir müssen ja erst hier runter. Oh, 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 oh. Hier machen wir uns nochmal wieder ein paar Sachen. So. Das scheint mir richtig zu sein, hier. Oha. Was ist das denn? Nanosuit Upgrade Kit. Nice. Wir müssen mal wieder was hacken amtweilen. Cool. Ein Nanosuit Upgrade gesammelt. Okay. Und wieder hacken. Ha. Hackcodes implementiert. Wofür das auch jetzt immer war. Ah. Okay. Das war noch einer. Ja, ja. So, Nanosuit werden wir noch nicht upgraden. Drei, drei, vier Cell Eingreifteams nähern sich deiner Position. Mit Helikoptern. Was du auch vorhast, Boss. Mach es schnell. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, das wird bestimmt kein Zuckerschlecken hier. Wir gehen nochmal rein und laden unsere Energie nochmal neu auf. Dann können wir hier auch mal Spezialmunition holen. Was haben wir hier? Oh, ein Racki. Ach, guck mal. Ein Racki. Gibt es einen Werfer? Dann haben wir Daten. So, dann würde ich sagen, hauen wir jetzt erstmal hier den... Gibt es hier keine Munition für den Raketenwerfer? Ha. Schade. Wo sind die Helikopter? Naja, egal. Nochmal kurz rein. Ich Idiot war die ganze Zeit im Stealth. Da lag doch noch irgendwie was, ne? Na, da. Ah, okay. Ne. Dann nehme ich lieber den hier. So, aber jetzt erstmal wieder auf die normale Waffe und durch. Einfach nur durch. Da hinten müssen wir hin. So. Mal runter hier. Oh, das sieht auch so geil aus. Okay. Energie neu aufladen. Und hoch hier. Oh, oh. Oh, oh. Was zur Hölle? Das ist ein Idiot. Oh, wir müssen auf die Maschine da rechts aufpassen. Okay. Und gut. So. Welchen nehmen wir uns vor? Das ist halt ich hier. Okay. Und weiter. Gehen da mal außen rum. Das müssen wir uns sehen ja auch noch vornehmen. Wo ist denn der jetzt? Ist der nach oben gegangen? Naja, egal. Hecken wir das Ganze hier. Da ist er. Zwei glaube ich, oder? War da jetzt noch einer? Okay. Mal wieder Muni. Nehmen wir natürlich liebend gerne mit. Ja, das wird sich das Sonder, als wenn hier unten welche wären. Oder sind die hier oben? Ich weiß es gerade gar nicht. Gucken wir mal. Oh, hier ist nichts. So, und jetzt wollen wir uns den zweiten Generator holen. Aber jetzt gucken wir mal, was haben wir hier noch? Ah, da haben wir noch Munitionen wieder. Spezialmuni. Oh, ein Fernkampfwaffe. Aber naja, ich bin nicht so der Fernkampftyp. So. Ich denke, noch irgendwas zu begreifen. Soll man dann aufwerfen, okay. So, jetzt können wir nochmal das Ding hier hacken. Okay, wir sind drin. Romeo 1, finden Sie die Sicherungen und scheißfestig. Wart, wir haben keine Zeit mehr. Dann auf die harte Tour. Klapp! So geht's auch. Romeo 1, Self-Energgy-Ausstoß bei 65% Fallen. Mission erfolgreich. Weiter zu Delta. Bewegung. Okay. Keltische Gefahr. Vibrationen erreicht maximal. Alle nicht erforderlichen... Ich hab noch ne andere Idee. Denke, sie wird Ihnen gefallen. Okay. In der Schwachstelle Springstoff deponieren. Aha. Und die kommen wir jetzt hier... Kommen wir hier wieder hoch? Jawohl. Da stehst du doch so doof rum, hä? Lass mich doch einfach hier machen. Musst du auch nicht sterben. So. Jetzt müssen wir da unten wieder hin. Oh, wenig Energie. Komm, gib mir mal Energie. Okay. Nice. Ey, mit dem Wasser, das ist auch so hammergeil gemacht. Oh, wie geil ist das denn? Wow. Wuhu. Bam. Dann geht der dann da hin. Und wie geil der da hingeht, Alter. Wow. Hammer. Hammer. Puh, ziemlich viel Action für einen Tag. Für eine Folge. System X Erntekomplex von Zellinfiltrieren sollen wir machen. Nexus 4. Ich versuche die exklusive Exfiltration der Hardware als unkalkulierbar und völlig irrsinnig. Mein Name ist Prophet. Sie haben keinen Namen. Den haben nur Menschen. Sie haben eine Kennung und eine gottverdammte Seriennummer. Und Sie haben ohne mich keine Chance. Also machen wir beide das Beste draus. Ich brauche einen Lagebericht. Okay. Zells Höhenverteidigungssystem ist komplett offline, aber es ist noch nicht vorbei. Es wird eher noch schlimmer. Ser zieht sie zurück und sammelt sich an der Nexus-Basis. Wie es aussieht, wollen sie die ganze Gegend in eine Todeszone verwandeln. Sei vorsichtig. Na, das ist ja mal, ne? Ziemlich coole Worte. Auf jeden Fall sehr ermutigend. So, liebe Freunde, das war es aber für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Hautreihen. Und tschüssi. Tschüssi. Mmh. Tschüssi.